Jahresrückblick 2023 Immobilienmarkt in Deutschland. Was ist denn 2023 auf dem Immobilienmarkt überhaupt passiert und wie ist er verlaufen? Die EZB hat über das Jahr wieder verteilt mehrfach den Leitzins erhöht. Was bedeutet natürlich für den Immobilienkäufer, dass natürlich sich auch, wenn er die finanzierende Bank benötigte, was bei den meisten ja der Fall ist, auch die Banken ihre Zinsen anpassen mussten. Anfang des Jahres hatten wir einen absoluten Faststillstand auf dem Immobilienmarkt. Keiner wusste richtig mit den neuen Zinsen etwas anzufangen. Verkäufer waren verunsichert, ihre Immobilie jetzt zu verkaufen. Käufer waren verunsichert, ihre Immobilie jetzt zu kaufen zu den neuen Konditionen. In der Mitte des Jahres tat sich das dann langsam ein bisschen einpegeln. Die eine Woche gingen die Zinsen der Banken mal ein Stückchen runter, wieder hoch. Das tat sich die ganze Zeit so ein bisschen einpegeln. Und wir lagen so zwischen Zinssatz, zwischen 4 und 5 Prozent bei Immobiliengeschäften, manchmal auch 3,8, wo diejenigen langsam wieder ins Handeln kamen. Und der Immobilienmarkt erholte sich. Erholte sich jedoch nicht mehr zu den überteuerten Preisen der Immobilien, wie sie in den letzten Jahren zu erzielen waren, sondern wieder auf ein normales Niveau. Ich wiederhole das gerne nochmal auf ein normales Niveau. Die Immobilienpreise in Deutschland sind wieder auf ein normales Niveau angekommen. Genau. Dieser Faden vollzog sich über das ganze Jahr. Und zum Ende des Jahres kamen die Immobilieninvestoren, die Eigentümer, die gerne ein Haus kaufen wollten und auch die Eigentümer, die ihr Haus verkaufen wollten, wieder ins Handeln. Man hatte sich an die neuen Zinsen und die neuen Preise gewöhnt. Und die Tendenz zum Jahresende ging nach oben. Immobilienverkäufe nahmen zu, Immobilienkäufe nahmen logischerweise zu, was der Immobilienbranche, ich sage mal, nicht in Umsatz oder nicht die besonderen Zahlen der letzten Jahre beschertet, jedoch das Jahr wieder in einen besonderen, in einen normalen Ausgleich gebracht haben, was uns natürlich als Immobilienmakler und auch Sie für das Jahr 2024 hoffen lässt, dass es sich wieder alles wieder ein bisschen normalisiert hat. Jedoch wie es 2024 aussehen wird, Ihr persönliches Jahr 2024, sollten Sie Ihre Immobilie 2024 verkaufen, sollten Sie 2024 eine Immobilie kaufen. Dafür wird es Anfang des Jahres ein extra Video geben. Abonnieren Sie gern schon mal unseren Kanal, liken Sie gern, damit Sie dann informiert werden, was sich 2024 ändern wird, wie es 2024 aussehen wird und wie meine persönliche Prognose als Immobilienexperte, der über zehn Jahre auf dem Markt ist, Immobilienmakler, IHK, DEKRA-Sachverständiger. Die Zuschke Immobilienvermittlung wird Ihnen Ihre persönliche Prognose überbringen, wie wir sehen und wie wir positiv auf das Jahr 2024 entgegenblicken. An dieser Stelle mit einem guten Rutsch ins Jahr 2024. Ihr Jens Zuschke von der Zuschke Immobilienvermittlung im Bautzen. Machen Sie es gut. Machen Sie es gut.